Herzlich Willkommen zum Ostern Power Talk. Es geht darum, dich wieder ein bisschen noch mehr in positive Energie zu bringen. Nutze das gute Wetter, wenn möglich bei dir, geh raus, spür die Power in der Natur, spür wie es um alles blüht, gedeiht, noch viel mehr als sonst, spür wie es um Veränderung geht, Neuanfang, Neubeginn und nimm diese Energie zu 100% in dir auf. Mach dir immer wieder klar, dass du im Wesentlichen deine Welt schöpfst, eigentlich total, aber es ist manchmal schwer zu verstehen und natürlich heißt das nicht, dass das immer gelingt oder dass nicht total doofe Dinge passieren können im Leben, die man irgendwie nicht versteht. Aber trotzdem bleib immer positiv, lass dich nicht runterziehen von Gegebenheiten, von Medien, von Nachrichten, auch nicht von den Nachrichten oder jenen Nachrichten, bleib immer bei dir, bleib in deiner Mitte. Versuch nicht so sehr dafür oder gegen etwas zu sein, sondern versuch im Gleichgewicht zu sein bei dir. Nein, du kannst nicht die ganze Welt beeinflussen, aber du bist der König und der Meister in deinem Feld. Niemand anders gibt diese Energie nicht ab an Konstrukte, Konzepte, egal woher sie kommen, ob sie aus dem Mainstream kommen oder aus dem Gegen-Mainstream. Spür immer bei allem, was du in dich aufnimmst, ob es Nahrung ist, ob es Information ist, ob es Energien sind, ob es wirklich zu deinem Besten ist und dir gut tut. Und wenn es dir nicht gut ist, dann sei trotzdem liebevoll damit. Kämpfe nicht gegen irgendwas, hasse nicht, sondern nimm alles in Liebe an und geh deinen ganz eigenen Weg durch diese Zeit. Sei immer wieder optimistisch und vertrauensvoll, dass ich jeden Tag alles zum Guten wenden kann, auch in deinem Leben, dass jeden Tag wundervolle, fantastische Dinge passieren können, voller Power, voller Kraft. Und bleib locker, auch wenn die Dinge so ernst erscheinen, bleib locker. Du kannst an Dingen, die im Haus passieren, kannst du, ja, die passieren einfach, aber ja, du kannst bei dir bleiben und trotzdem natürlich liebevoll im Herzen, auch mit anderen Menschen, die leiden, vielleicht mehr leiden, weniger leiden als du. Vielleicht leidest du auch, sei auch liebevoll mit dir dann, aber trotzdem bleib in deiner Power und gibst dir nicht weg. Ich weiß, es ist eine echt schwierige Zeit, nicht irgendwie in so ein defensives Gefühl zu gehen, in Bedrohung und Angst. Aber vielleicht ist auch eine gute Zeit, jetzt all die Tools, die du gelernt hast, bei mir oder bei anderen auszupacken und zu nutzen. Und ein bisschen wie ein Spiel, einfach gucken, wann gelingt es dir, wann gelingt es dir nicht. Das ist auch total okay. Es ist einfach jeder spielerisch mit um mit dir selbst. Und ja, versuch einfach jeden Tag die beste Version deiner selbst zu sein. Was nicht heißt, dass du nach irgendeiner Perfektion streben solltest. Lieber auch Scheißtage, lieber auch blöde Tage, lieber auch Regentage. Und ja, aber denkt immer dran, es gibt auch die guten Tage und die werden wieder kommen. Und jetzt wünsche ich dir total coole, friedvolle, energievolle, glückliche Ostern. Musik Look in vaccin conviction picture Yun Chirurg Musik Untertitelung des ZDF, 2020